Ab dem Jahr diese Strecke wird noch gefahren. Das Schiff stand vorhin schon da. Das ist alles in Bhutan. Das ist dann wahrscheinlich der Ort, wo der Mann mit den Hühnern anbote, ne? Oh, guck mal, da hast du es gesehen. Die Brücke sind unter der Brücke. Unter der Brücke. Untertitelung des ZDF für funk, 2017